Moin Leute, Trimax hier. Supercell hat es offiziell angekündigt, es werden Sneak Peaks kommen. Ich darf noch nichts genaues verraten, ich kann euch nur empfehlen, die Glocke anzumachen oder mehrmals täglich auf dem Kanal vorbeizuschauen oder Supercell Clash Royale bei Twitter zu folgen, damit immer auf dem neuesten Stand sein. Es kommen einige Sneak Peaks, die werden absolut krass und ja, ich freue mich drauf. Ich darf euch leider nichts erzählen, aber wenn ich mich freue, hat es meistens einen Grund. Und ja, das war es schon wieder mit dem Video. Ich werde jetzt hier noch eine Minute warten, damit ich weiß, was im Shop ist. Ich dachte, vielleicht brauche ich zwei Minuten für das Video. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich darf noch nichts offiziell rausbringen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch denkt, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt ja mal raten, was rauskommt. Oder wenn ihr einen Kommentar seht, was ihr denkt, derjenige hat recht, dann könnt ihr den Kommentar liken. Ich bin mal auf eure Vermutungen gespannt. Schätzt mal ein bisschen, ratet mal ein bisschen, was wird passieren. Ja, das könnt ihr machen. Jetzt dauert es immer noch 40 Sekunden. Also wenn man so zwei Minuten warten soll, dauert das ja ganz schön lang. Hoffentlich habe ich was Brauchbares im Shop. Wir haben sowieso ein bisschen Gold da. Ich hätte auch Bock auf eine legendäre Karte, die wir brauchen. Ja, ich bin total gehypt. Ich habe gerade alle Sneak Peaks aufgenommen. Aber ich kann es keinem erzählen. Ist übel, ne? Macht keinen Spaß. Aber ich freue mich dann umso mehr, wenn die Videos online kommen. So, zehn Sekunden haben wir noch. Ich hätte auch einen Cut setzen können. Mach ich aber einfach mal nicht. Drei, zwei, eins. Und, was haben wir? Okay, haut rein. Hold rein. Bis dann. Wir진짜, was auf zehn Sekunden.